na gott also schon wieder bei uns im team nicht du soll betont werden er kann den gegner nicht betäuben das heißt einen seelenbrecher bringt es ja nicht so das ist mein größtes problem hier nicht so ja geil vor allem weil wir hier mal 60 60 schaden in der datenbisschen aufgeteilt man mal sagen wie zu weit sind diese andere aber noch mal angegriffen naja es hat was hat was hat also wo ist es eigentlich geht also mein abschluss angefangen naja wenn man wieder so viel abzunehmen wenn irgendwie schwächer in diesem kampf zu sein und die land kommt auf jeden fall bekannt auf system ja das weiß ich so einer kämpft der sie gar nicht mehr anfällig weil wir betäuben den nieder das ist ein problem er bekommt die ganze zeit hier schaden aber ich kann nicht betreuen das hat wir kino gesehen nicht über das problem ja wenn man uns betreibt verlieren wir ja sehen das heißt wir hängen immer mit ein zwei sehen die gegend dann ganz schön heftig warum das hat jetzt muss ich mal bitte angreifen weil so viel trainiert habe ich auch hier so glaube ich jetzt eigentlich ich habe erst heute angefangen ein bisschen zu level und da war noch gut ausgewiesen war natürlich total ich war so reich und man nicht in system die einzelnen teile angreifen von brachnern also meine oder so jetzt mal unglaublich wie wenig schaden wenn wir noch mal jetzt gehen wir fahren wie sagt man nicht ich muss erledigen sonst wird er nur ewig dauern wir haben länger park hier gar nichts gezogen aber das kommt von denen also das machen hallo jetzt haben wir mitten aufs nichts fragen sie wieder ja jetzt wenn ich gerade am vorbereiten seit meiner meiner weil der freundlichste hat und so war alles hier vorbereiten und dann ja und auch hier alles kaputt ich habe mich gerade nicht dann warum klappt das nicht eine übergezogen ich wollte gerade meine dings einsetzen wenn ich sie aufwechseln kann aber nein ich muss glaube ich ein paar items bei einsetzen sollte das wäre vielleicht mal eine idee also das gefühl ich muss den hier erledigen das gefällt mir nicht so nein wir dann verballern wir eben paar gegenstände sein muss da war ein angeflemmte getötet hat wir gehen die tränke des lebens aus so eine gute idee war so wir haben einen schlag hier wegkaufen weiner er kann man gar nicht mal so leicht hier irgendein gegenstand der mich halt hier also alle charaktere meine ich auch meine power ladung und so war alles auch was ich kann um ein angriff machen wir haben keine seele hat nur eine seele außer aber ich glaube ich gar keinen schaden der beteiligt aber betäuben bedeutet ja wieder eine seele verlieren also danke nein ich wollte eigentlich mich halten na komm ich da schon wieder links eine roche tut wer von mir alle leute langsam reicht ja wieder einfach vor mir gelandet ist ich komme nicht mal so irgendwie hier zu reinzubalancieren ich habe nicht mehr mich hier reinzubalanzen diesen kampf mein gott wir haben wieder zwei gut man sehen möchte ich muss den kampf ich gewinne ich nicht davon auch eine seele hallo beim eisen steht dann das sieht schwierig aus leichter nicht helfen aber dann ja auch man alter jetzt also unmenschlich danke oder unmenschlich war der passiert gerade malta kai服 zeldo saせない er so na co Ich weiß, wie es das so ein bisschen zu retten ist. Es ist ein bisschen zu retten. Wenn man ehrlich gesagt hat, dann kann man es nicht mehr so schwer. Das ist ein bisschen zu retten. Ich weiß, dass ich auch nicht so richtig verletze, aber ich weiß, dass ich nicht so richtig verletze. Ich weiß, dass du nicht so richtig verletzt hast. Ich weiß, dass du nicht so richtig verletzt hast. ich bin ein übergezogen ich bin ein ich bin ein Ich habe das eine große Dramatische Kuliert. Wir haben das ein ganzes Schuss! Wir haben das auch einen Dramatische Kuliert. Ich habe das Gefühl, dass du dich als Dramatische Kuliert hast. Ich bin der Dramatische Kuliert. Was ist das? Was ist das? der kampf war violettere strahlen und explosion und sehr gut wo bitte sagt immer die lokalen indignation an den spiel Ich bin weggegangen. Der Spannende Spannende. Sie hat eine andere Art Art. Das ist dein力 für die Wurzeln. Das ist ein Schraub. Aber das ist auch ein Teil der Welt. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Es ist nur ein Wettbewerb, weil es nicht nur ein Wettbewerb ist, sondern auch ein Wettbewerb. Ich verstehe, dass es gut ist. Es ist kein Wettbewerb. Es ist egal, dass der Heilige Geist ein Wettbewerb ist. Wenn man nicht verletzt, dann kann man unsere Ideen nicht verletzen. Ich habe mich nicht mehr in den Kanoon-Nus, aber ich kann nicht mehr in den Kanoon-Nus. Aber ich bin jetzt im Kanoon-Nus, weil ich hier die Kanoon-Nus. Ich werde ihn aufhören. Ich werde mich auf die Kanoon-Nus. Ich werde ihn aufhören. Ich werde ihn aufhören. Es ist ein Goma, oder? Man kann es nutzen? Es ist sicher, dass es nicht so gut ist. Wenn man die Goma zerbricht, dann auch die Nanna-Chu-Yah haben auch in der Realität. Aber er hat sich fortgeschüttelt. Aber es ist die Welt der größten Reiziger, die die Wettbewerke der Wettbewerke, die wir auch nicht gewählten. Kuma Velvet! Ich bin der Fall, dass ich dich nicht so gut bin. Wenn ich mich selbst nicht so gut bin, dann wird es nicht so gut. Nein, aber erst... Erstens, ich will ihn. Ich will ihn die Lifehsett. Ich will ihn in der Frau, in der Frau. Ich will ihn, dass er sich nicht so gut ist. Ich will ihn nicht so gut. Ich will ihn nicht so gut. Ich will ihn nicht so gut sein. seltsame art das zu machen aber okay ich glaube ich werde hier folgen wie schneiden oder so war 41 minuten so lang war ich nicht auch laden also werde ich irgendwann hier gleich schneidern eine stunde zweihalbstündige part das genau wahr versprechen noch mal frage wundere ich mich schon die ganze welt reisen immer noch nicht dass ich meine ich bin 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 Das ist ein sehr guter Gefühl, was du sagen, was du sagen. Eisen, ich bitte den Linken. Eisen? Wir müssen kurz zurück. Es war ein sehr langes Wettbewerb. Das ist gut. Der Mann, der Zabida, ist ein riesig. ja haben wir die wort mitgenommen habe ich nicht gesehen ich habe nur laufzeit gewesen war es aber auch kompass ok und die hexen sind nicht erkunden das regt mich auf auf meinem zeug so piraten waschen kompletten kotletten ok shop 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 wir sind im sex hafenberg reichern wir hören auf der titan ja jetzt erst was hier zurück in die realität aber kann nix haben sind warten ist noch das gleiche nur so oder so jetzt da so kommen war so mitten auf dem weg immer noch mal erinnern was die werte noch mal war ja 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 Ich hab auch immer wieder nicht gemacht. Die Menschen sind auch... Es ist eine Worte, wenn sie nur etwas tun. Ich habe den Kugel-Bewelvet-Bewelvet, von einem Schlag oder einem Zucker oder einem Zucker oder einem Salz zu holen. Die Kugel-Bewelstheben werden nicht nur die Ziele verwendet. Dann können Sie mit meinen Kugel-Bewelvet-Bewelvet-Bewelzen aufbauen. Das ist interessant. Ich habe von einem außerhalb von einem Kugel-Bewelvet-Bewelvet-Bewelvet-Bewelvet-Bewelvet-Bewelvet. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ach, Traumlinger. habt ihr ja nicht meine böse hat diese satte war ein drecks laden ja manchmal hier sind wir also da wenn ich irgendwie story mit sich irgendwo übernachten muss umsonst die verlangt trotzdem hat gehalten hallo sehre ist übrigens ich gehe jetzt nicht gedacht es gibt wert wenn man drückt ihr tutest Ich weiß nicht, dass ich die Kraft für mich, um mich zu geben. Was ist das? Ich habe mich, dass Selika's記憶 erinnert. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich was. Ich wusste nicht, dass ich was. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Warum? Ich weiß nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Es gibt so viele Dinge. Es ist sicherlich, dass du dich. Ich wusste nicht, dass du ihn nicht verletzt, dass du dich. Ich wusste nicht, dass du sie nicht verletzt. Ich bin nicht die Menschen, dass du dich nicht verletzt. Das war's für mich. Das war's für heute. Äh. Jetzt wird's schon wieder los. Ich will kurz kurz zurück... Ich kann meine Liebesang era nicht mehr als Liebesang. Ich kann mich nicht mehr über die wäre, warum ich euch nicht noch einmal verleumt. Ich kann es ihnen nicht mehr über die Welt, oder was ich an die Welt geholfen? Ich kann es Ihnen noch gar nicht mehr verleumt. Ich will euch nicht mehr über die Welt gehen. Raffi und ich habe das gleiche Wort gesagt, und er hat mir diese Kuss gegründet. Er hat mir gesagt, dass ich meine Kuss gegründet habe. Aber... Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich selbst... Das ist für mich, die Menschen, die ich liebe. Es ist ein Fögel. Wenn es nicht mehr so ist, dann kann man sich selbst entscheiden. Ich werde mich verletzen. Wenn ich mich verletze, wenn ich mich verletze, Warum... ist das das erste, was er gesagt hat? Ja... Oh, ja. marie wusste sogar ich möchte mich Was? Der Mann ist doch nicht so, was ich bei den Stuhl nicht verraten. Aber er hat auch einen Bruder zu retten. Was ist das, was er? Der Mann hatte eine Runde von Kankowt, und wir haben einen Stuhl gesehen. Ich habe ihn gesehen, dass er nach der Stuhl nicht nur die Stuhl nicht verraten wurde. Und nach dem Stuhl nicht nach der Stuhl nicht verraten, der der Stuhl nicht verraten wurde, die Stuhl nicht verraten sind. Das ist mir nicht so, was ich. Ja, die Leute hier alle bescheuert. Ich frage mich, ob Heldalf in Telsis ist hier ja auch, wie die Städte gelaufen ist und sich die ganze Zeit anhören musste. Ja, ich habe gehört, der Herrscher ist unterhalb, es ist zurückgekehrt. Ja, der macht hier voll die Randale und so und Heldalf steht einfach so daneben. Da denke ich so, mein Gott sind die Menschen doof. Ich habe auch niemand erkannt oder so, ne? So läuft es ja ab. Und das ist, was ich bin der Runde zu essen und so fiel. Was ich? Nein, was ich? Einmal, am Tag, am Tag, am Tag, ein Baby, ein Mann aus der Runde zu essen und so lege ich mich zu essen. Wenn ich wieder ein Wälder mit Lüger zu spüren, dann kann ich so eine gute Erreise sehen. Aber ich habe gehört, was ich zu essen? Das ist ein Päden der Runde der Runde. Es gibt auch einen Päden. das sind wieder so sachen weil ich nicht mit wunderbar muss mir erzählt werden natürlich hat doch wahrscheinlich gar keine bedeutung hier zu irgendwas in diesem spiel und dann wurde mir jetzt gerne minutenlange es gibt irgendwie erklärt leute ich mich von einem ort zum anderen bewegen bitte nämlich ja ist ein bisschen weiter kommen wir haben wahrscheinlich ja voll easy rüber geschafft hier in der von der hexen wir sind doch von da wiedergekehrt okay ich bin ja bei dem tunnel ja keine haare mehr welche stadt oder welcher auf welcher ist er noch was gar nicht bei uns war ha 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 ja ich kann nur da immer leute hat sie hat sie hat sie hat sie hat sie ja das spiel fängt langsam an v schau malzit Sie haben auch ein Gemüse mit Eifried. Das ist ein sehr wichtiges Freund. Und ich habe auch gesagt, dass er die Macht des Todes an der Aizen der Runden aus dem Leben der Runden hat. Er ist ein schönes Gelegenheit in diesem Massen. Ein Wettbewerb ist ein gutes Weg. Wir haben uns 20 Stunden gespürt und uns auf dem Land sterben. Das ist ein Mensch. Du hast auch noch was, dass du auch in der Velvete. mir ja gerade ein eigener schiede kräftiger noch hat sie mal sieben der tolle rionel torgier da war sie bangele diago ja mozüter oh man sagen ich kann immer noch nicht von ort zu ort reisen weiter was hält mich dann jetzt hier ab leute was hält mich hier jetzt gerade ab von ort zu ort zu reisen ja das stimmt mit ihren shop jahre gibt es gerade ja ich sehe nur eine ruhe hat muss ja noch irgendwo eine sein nicht noch nicht aufgedeckt habe ja zum beispiel oben traum würde die bräuchte ich auch noch wir werden von einem boss zum anderen wie geschickt würde mich aber erst mal sagen wir wenden ein paar tier und der nächsten folge schnappen uns dann diesen eifried dämon dämon der manche oder wie ein idiot gesagt gerade und ich habe noch nie hat mein gott dann ich sage ich bin die partie und wir sehen uns in der nächsten folge